Dein Geld, Deine Verantwortung mit Sven Hallo und herzlich willkommen bei Dein Geld, Deine Verantwortung. Mein Name ist Sven und wir schauen uns heute das Depot-Update für den Monat Dezember 2022 an und dementsprechend auch den Jahresabschluss. Und ich habe euch wie immer die altbekannte Übersicht hier einmal mitgebracht. Was sehen wir da? Wir sehen einmal die Investments pro Monat, was das Ganze kumuliert bedeutet. Was ich erreichen wollte, die 22.000 Euro, das habt ihr ja mitbekommen. Das war ja vorher klar, dass ich die Summe nicht erreichen kann. Trotzdem, wo ich dann ausgestiegen bin, wie viele Dividenden ich auch noch im Dezember bekommen habe, was das dann kumuliert bedeutet und wo ich insgesamt ausgestiegen bin. Man könnte sagen, wenn man jetzt direkt in den Dezember reinspringt unten, 86 Prozent, was die investierte Summe betrifft, 92 Prozent, was das Thema Dividenden betrifft. Also ich habe auch im Monat Dezember wieder diese 780 Euro investiert, bedeutet, insgesamt bin ich da rausgekommen bei 18.885 Euro. Dividenden gab es natürlich auch im Dezember. Die waren sehr ordentlich mit 143,26 Euro. Ihr wisst ja, ich trage bei mir sowieso immer nur die Dividenden ein, die auch in dem Monat noch gebucht worden sind. Laut DiviDiary hätte noch die ein oder andere Dividende auch noch reinfallen können in das Jahr 2022. Die sind aber bei mir noch nicht auf dem Verrechnungskonto. Und dementsprechend gehen die dann schon direkt in das Jahr 2023 mit rein. Bedeutet, insgesamt habe ich erhalten 1470 Euro und 55 Cent Netto-Dividenden. Wir schauen uns auch noch mal an, welche Unternehmen da ausgeschüttet haben. Was ich persönlich ja sehr, sehr schön finde, ich habe es eben mal nachgerechnet, das sind 4 Euro am Tag. Ich habe wirklich im Schnitt jeden Tag netto 4 Euro an Dividenden bekommen. Und wenn man sich das einfach noch mal überlegt, wie schön einfach diese Vorstellung ist. Man steht morgens auf und in der Theorie kommt imaginär jemand vorbei, leg dir morgens früh vorm Frühstück 4 Euro auf den Tisch und sagt Sven, das sind deine 4 Euro, hab einen schönen Tag. Das ist ja schon eine tolle Vorstellung. Und die Tendenz ist ja weiterhin auch steigend. Ich werde ja auch nächstes Jahr wieder Geld investieren. Ich habe ja ein Zielvideo gemacht. Ich möchte nächstes Jahr 12.000 Euro oder vielleicht ein bisschen mehr, also knapp über 12.000 Euro eben investieren. Ich will nächstes Jahr auch weiterhin steigende Dividenden haben. Und ich freue mich einfach total auf dieses Jahr. Es ist ja schon das Video, das wird heute am 1. praktisch gerade gedreht. Also da kommt man doch mal durcheinander, was ist altes Jahr, was ist neues Jahr. Aber prinzipiell ist das genau so. Und 18.885 Euro ist auch eine enorm starke Summe, auch wenn es eben nicht diese Zielerreichung geworden ist. Das Gleiche trifft dann auch die Nettodividenden. Und manchmal gibt es eben externe Faktoren, die gewisse Dinge eben beeinflussen. Ja, das haben wir dieses Jahr auch an der Börse wieder festgestellt. Wenn wir uns dann gleich in Portfolio Performance auch nochmal anschauen, wie hat denn mein Depot eigentlich dieses Jahr abgeschnitten. Und was dieses Jahr alles passiert ist, was das Thema Ukraine, Russland, damit hatte niemand gerechnet. Das hatte natürlich auch Auswirkungen und sehr, sehr starke Auswirkungen auch auf die eine oder andere Position in meinem Portfolio. Das ganze Thema Inflation, Zinsanhebung. Also es ist wirklich im Jahr 2022 auch extrem viel passiert. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir einmal rüber zu Portfolio Performance. Das Depot sieht aktuell folgendermaßen aus. Größte Position mittlerweile wieder Microsoft, überholt wieder Apple. Apple war ja sehr, sehr lange oder die größte Position auch im Jahr 2022. 2022 jetzt zum Schluss wieder von Microsoft überholt worden. An dritter Stelle immer noch der MSCI World, gefolgt von Johnson & Johnson, Unilever, Shell, Nike, Visa, Merck, Pernuri, Car, Church & White, dem Dow Jones ETF, dem S&P 500 ETF, Allianz, Activision Blizzard, Disney, Fresenius, British American Tobacco, Jungheinrich. Dann haben wir hier den China Large Cap ETF, SAP zu Etis, Iron Mountain, Costco, Nestle 3M, WP Carry, LVMH, Waste Management, Union Pacific, Omega Healthcare. Der Vanguard FTSE All World, der Dow Jones Swiss Titans ETF, Roche EA, mein Verrechnungskonto, TAC Immobilien AG, Ecolab und Tencent. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch mal schonungslos auf das, was euch mit Sicherheit interessiert. Wie schlecht ist es denn geworden bei mir? Ja, so schlecht ist es geworden. Das ist die ungeschönte Wahrheit in meinem Dividenden-Strategie-Portfolio. True Time Rated Rate of Return minus 15,11 interner Zinsfluss hier minus 14,73. Absolute Veränderung, immerhin noch diese plus 3.000 durch die Einzahlung, die ich dann da getätigt habe. Aber wir haben angefangen am 31.12. mit 80.099 Euro. Wir sind ausgestiegen bei 83.102,92 Euro. Bedeutet aber Buchverluste in Höhe von knapp 13.139,02 Euro. Das ist eine Menge Holz. Und wenn man sich das überlegt, 13.000 Euro, ich will nächstes Jahr 12.000 Euro investieren. Das war dann, könnte man sagen, ein verlorenes Jahr, mehr oder minder. Und diese Dinge kann man vorher nicht prognostizieren. Wir bewegen uns nach wie vor in einem sehr, sehr schwierigen Marktumfeld. Aber man lernt wieder extrem viel daraus. Ich bin nach wie vor tiefenentspannt. Ja, ich brauche das Geld aktuell nicht. Und das ist einfach so wichtig in diesen Phasen, dass ich jetzt nicht sage, oh, ich muss da jetzt 20.000 Euro rausnehmen. Oh, kann ich nicht, will ich nicht. Sondern das Geld kann da liegen bleiben. Das Geld kann arbeiten. Das Geld wird langfristig aus meiner Perspektive auch nochmal deutlich stärker werden. Wenn wir uns jetzt nur den Dezember angucken, sehen wir hier, ja, minus 4,9 Prozent ist natürlich nicht unbedingt überragend. Wir gucken jetzt nur mal auf den Monat selbst drauf. Da sehen wir, was sind die Gewinner und Verlierer, was die Wertpapiere betrifft. Gewinner ganz oben, Tencent, Nike, Merktag, Immobilien, Pernod und der China Large Cap ETF. Die Verlierer waren unter anderem Costco, Apple, Disney, Iron Mountain und Microsoft. Und da sieht man auch, warum mein Dezember wahrscheinlich, ja, sehr schlecht auch gewesen ist. Wenn deine zwei größten Positionen 15 Prozent verlieren und 8 Prozent verlieren, dann hat das natürlich auch einen gewissen Einfluss. Keine Frage. Trotzdem hier besser als die Benchmark, die ich hier drin habe, also diesen MSCI World ETF. Da war das Portfolio zumindest im Dezember, obwohl meine anderen beiden Positionen die zwei Größen so schlecht performt haben, besser. Und wir können uns auch noch mal anschauen, voriges Jahr, wie sieht es hier aus. Ich bin mehr oder weniger, ja, mit dem ETF gleichgelaufen in diesem Jahr. Und am Ende 15, also minus 15,11 Prozent der MSCI World ETF hier mit minus 15,17. Da könnte man sagen, Sven, hast du ausperformed. Und freue ich mich jetzt drüber? Nicht wirklich, ne. Aber gibt mir zumindest wieder ein gutes Gefühl. Ich will ja überdurchschnittlich viele oder mehr Dividenden bekommen, durchschnittlich, also in der Dividendenrendite als der MSCI World. Oder dann eben auch der FTSE World, den kann ich hier dann auch noch mal im neuen Jahr einpflegen als Benchmark, weil den bespare ich ja jetzt auch aktiv. Mehr Dividenden bekommen, aber eine ähnliche Performance haben. Und das hat dann zumindest in diesem Jahr gepasst. Wenn da nicht ein, zwei absolute Rohrkrepierer mit dabei gewesen wären, dann wäre das auch deutlich besser gewesen. Aber so ist das manchmal. Ich hatte ja die Gazprom-Position drin, aus der ich ja glücklicherweise noch rechtzeitig dann rausgekommen bin dieses Jahr. Aber die hat natürlich auch einen ordentlichen Anteil hier zu der gesamten Performance gehabt. Wenn man sich das hier anschaut, eine realisierte Kurserfolge minus 1827. Das ist 1.800 Euro, sind 1.800 Euro. Dann wären es halt nicht minus 13.000, sondern, aber das hätte jetzt auch nicht alles gerettet. Ja, aber das hätte selbstverständlich dann da auch einen Unterschied gemacht. Absolute Performance. Klar, die zwei größten Positionen haben da enorm reingehauen. Microsoft minus 2.000 Euro. Apple minus 1.700 Euro. Disney minus 1.400 Euro. Kutak Immobilien sieht man hier auch mit dem minus 74. Ist ja auch insgesamt die prozentual von der Entwicklung schlechteste Position mit knapp minus 1.300 Euro. Ohne zu Ethis, auch nicht gut performende Ecolab, eine 3M, eine Nike, eine Fresenius auch wieder unten mit dabei. Aber auch hier ein S&P 500 ETF. Ja, voriges Jahr minus 19,19. Ich habe den ETF von Anfang des Jahres mit drin gehabt. Das heißt, auch der S&P 500 ETF hat hier schlechter abgeschnitten als mein Portfolio. Das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, boah geil, super, dass der S&P noch schlechter war. Aber es ist dann einfach, es ist trotzdem so. Freut mich, dass mal Unilever hier irgendwie positiv rausgekommen ist. Gut, Shell hat gut performt. Activision Blizzard, BAT, Johnson & Johnson. Und da natürlich auch ein wichtiger Faktor hier, wenn man sich das überlegt, wenn man die zwei hier vorne mal ausnimmt. Eine Johnson & Johnson ordentlich performt, eine Unilever ordentlich performt, eine Shell ordentlich performt, eine Nike leider nicht. Visa, können wir nochmal reingucken, wo war eine Visa unterwegs. Ja, plus 1,02. Also es sind schon auch viele große Positionen bei mir, die gut performt haben. Die dann auch diese krasse Negativ-Performance von vielleicht einer Microsoft, von einer Apple oder auch einer Disney oder einer TAC Immobilien dann so ein Stück weit auffangen konnten. Was sieht man wieder? Diversifikation macht aus meiner Perspektive Sinn. Und klingt komisch, ist aber so. Ich bin trotzdem zufrieden mit den Börsen. Ja, ich habe weiterhin diszipliniert investiert. Und ich glaube, dass sich die Dinge eben langfristig auszahlen werden. Auch wenn der Portfolio-Wert sich nicht unbedingt stark nach oben entwickelt hat. Die Anteile, die ich an den Unternehmen habe, sind deutlich größer geworden. Der ETF-Anteil wird weiter ausgebaut. Und ich bin wirklich gespannt, was da vor allem 2023, aber was auch die nächsten Jahre dann noch so für uns bereithalten werden. Wir gucken auch nochmal rein. Thema Zahlung. Ich habe ja gesagt, im Dezember gab es auch nochmal fleißig Dividenden. Da habe ich von 3M 14,01 Euro bekommen. Der China Large Cap ETF hat ausgeschüttet 3,55 Euro. Church & White 6,03 Euro. EA 68 Cent. Johnson & Johnson 22,10 Euro. LVMH 7,37 Euro. Microsoft mit 12,84 Euro. Nike mit 8,06 Euro. Shell mit dabei 23,26 Euro. Unilever mit 29,30 Euro. Union Pacific 3,44 Euro. Der FTSE All World ETF mit 2,32 Euro. Visa mit 4,38 Euro. Waste Management mit 3,27 Euro. Und zu ETHIS mit 2,65 Euro. Macht insgesamt 143,26 Euro. Und damit eine sehr, sehr krasse Steigerung gegenüber dem Vorjahr. In diesem 3-Monats-Tonus, wo bei mir die meisten Unternehmen ausschütten. Das heißt März, Juni, September, Dezember. Ist hier im Dezember eine sehr, sehr starke Steigerung. Dann einfach auch nochmal zu sehen. Heißt auch hier, die Übersicht ist weiterhin intakt. Auch im Q4 deutlich mehr Dividenden bekommen. Jetzt hier 260,85 Euro gegenüber 172,18. Also da echt eine ordentliche Steigerung. Aufs Jahr gesehen sieht man auch hier, das Treppchen zieht sich weiter nach oben. Und das wird auch aus heutiger Perspektive, wir wissen ja nicht, was nächstes Jahr passiert, auch im Jahr 2023, wieder ein schöner Schritt auf dem Treppchen weiterhin nach oben sein. Da freue ich mich persönlich schon sehr drauf. Und man sieht hier eine Unilever, 131,90 Euro, die ich gekriegt habe. Eine Shell, 100,05 Euro netto. Also wir haben eine Allianz dabei mit den 113,71 Euro. Also es sind jetzt auch die ersten Beteiligungen mit dabei, wo ich im Jahr mehr als 100 Euro bekomme. Und bei einer Unilever, 131,90 Euro, das machen wir jetzt mal grob, bei 120 Euro wären es 10 Euro im Monat netto, die ich alleine von Unilever bekomme. Und das macht einen schon stolz und freut einen natürlich auch, wenn man sich das hier mal anschaut, wie sich die Dinge auch eben entwickelt haben. Ja, 21 gegenüber 22, bei Allianz gab es deutlich mehr, bei Unilever gab es deutlich mehr, bei der Shell gab es deutlich mehr. Jetzt dieses Jahr, obwohl ja die Dividende zwischendurch ja gekürzt worden ist, bei Johnson & Johnson gab es ordentlich mehr. Gut-Tag-Immobilien muss man dann nächstes Jahr mal schauen, die würde ich mal ausklammern. Bei Iron Mountain gab es etwas mehr, Fresenius gab es etwas mehr, 3M. Also man sieht hier schon noch auf den einzelnen Positionen, Gazprom natürlich ist ja rausgeflogen aus dem Depot, war auch ein, zwei andere. Eine Henkel ist ja auch nicht mehr mit dabei, eine 2022 gewesen, eine Siemens nicht. Aber die Entwicklung passt. Der S&P 500 ETF, die 10,11 Euro, der ist jetzt neu mit dabei. Der hätte eigentlich auch noch im Dezember ausschütten sollen, kam aber nicht an. Hier wird dann eben dementsprechend diese Ausschüttung in den Januar gebucht. Und es ist ganz schön hier auch zu sehen, seitdem ich hier die Sachen auch, zumindest die Dividenden und so weiter dann eingetragen habe, wenn man mal von 2018 hier reinschaut, insgesamt ja schon knapp 4.000 Euro, die ich einfach nur durch Dividenden erhalten habe. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Die Entwicklung ist die richtige Richtung. Und ja, mal schauen, was dann da die Zukunft noch bringt. Noch mal einen Blick auf das Thema Branchen. Da sehen wir Konsumgüter nach wie vor. Ja, die größte Beteiligung Chemie, Pharma und Software ebenfalls relativ groß. Bei den Wertpapierarten steigt natürlich der ETF-Anteil. Da sind wir jetzt aktuell ungefähr bei 15, ja, 15 Prozent. Zwischen 15 und 16 Prozent der Rechts sind aktuell noch Einzelaktien. Regionen Amerika nach wie vor die größte Region, gefolgt von Europa, hier Asien. Und man sieht hier auch mittlerweile der Schweiz-Anteil zumindest durchaus wachsend. Was mich, wie immer, interessiert, wie war denn eure Performance im Jahr 2022? Ich glaube, sehr unterschiedlich. Schreibt es mir super gerne in die Kommentare. Freue ich mich von zu lesen. Und falls ihr es noch nicht in das Ziel-Video geschrieben haben solltet, interessiert mich natürlich auch, was ihr euch vorgenommen habt für nächstes Jahr. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund, einen guten Start in das neue Jahr. Euer Sven. Untertitelung des ZDF für funk, 2017